Was geht ab meine Freunde und damit herzlich willkommen zurück zu Horizon! Wir machen jetzt weiter und zwar habe ich mir jetzt gedacht, auf dem Weg oder so gut wie auf dem Weg liegt noch einen langen Hals und den werden wir mal eben kurz uns noch aneignen, denn wir haben dann auch schon mal wieder einen Großteil der Karte wieder freigelegt, der da in die Richtung zeigt, wo wir die Hauptqueste haben, wo wir die Familie von dem Olin finden. Vorher habe ich das schon aktiviert, ja. Naja doch. So, nicht einfach blind links hier runter stürmen, nicht, dass ich noch sterbe. So, okay. 500 Meter wäre es Luftlinie, denke ich. Dann sind wir so Krokodoks, Schnappmäuler. Die lassen wir aber jetzt erstmal in Ruhe. Und in 1300 Metern ist die Quest. Jetzt wäre nur die Frage, wie kommen wir am besten? Ich gucke mir nochmal auf die Karte. Wie kommen wir hier am besten hoch? Wow. Da ist ein Feuerdreck nochmal eins. Aber komm, das lassen wir jetzt erstmal. Ja, wir müssen denke ich mal hier rum. Denn diese Klippen, die sind zu hoch, um da hoch zu klettern. Ich meine, ich habe schon einiges herausgefunden, wo man einiges hochklettern kann. Ähm, aber ich denke, da liegen die Grenzen. Das schaffen wir so nicht. Okay, da sind wieder blaue Lichter. Was sind das für Viecher? Da sind alte Trümmer. Ja, Aufschüttung. Ein Erdhaufen, kürzig aufgeworfene Rohstoffe. Was sind das für welche? Plünderer. Okay. Okay. Okay, so war hier nichts mehr. Was pfeift ihr? Was soll hier? Untersuchen. Baut auch dort lange. Oh, Kristallengeflechten. Geil. What the? Äh, ja. Alles klar. Was war das? Ich habe mich ein wenig erschrocken. Okay, wir haben Kristallengeflecht gefunden. Ach. Leck mich. Oh noll, du bist verdorben, oder? Bist du verdorben? Ey. Oh, da kommen wir mehr. Was war das für meine Mutter? Zack. Aua. Oh noll, treff den doch. Mach kein Scheiß. Ups. Bam. Oh wow. Zack, Junge. War's meine Mutter. Okay, Plünderer. So, wir nehmen mal hier so einen Heiltrank. Okay, die Plünderer haben wir dann schon mal kaputt gemacht wieder. Wann haben wir hier noch? Achso, da ist wieder so eine Eis-Rauweife-Dings. Oh, hier Heilung. Nochmal Heilung. Sehr schön. Da hinten ist nochmal Heilung, aber den lassen wir jetzt erstmal liegen. Mich wundert das, dass ich hier keine Ruinen finde. So, wir müssen jetzt hier hoch, denke ich. Geh ich mal von aus. Vielleicht finden wir hier oben nochmal Ruinen. Wenn ich halt den langen Hals... Was ist das? Verwüster. Alles klar. Was zum Geier? Trampler. Oh nee. Was ist das? Wächter. Die empfängt ein Signal. Ach, das wird der langen Hals sein, oder? Ja. Okay, da ist der langen Hals. Da oben ist ein Verwüster. Den können wir eigentlich kaputt machen. So. So. Ich sollte das schnell zu Ende bringen. Zack. No arsch du Fee. War'm, Junge. Zack. Und jetzt? Was machst du? Gar nichts machst du da, Alter. Ruckzuck ging das. Du dämliches Stück Scheiße. Easy peasy. Na jetzt wäre die Frage, wenn ich das Ding da aufhebe, die Waffe von dem, kann ich den damit... Also kann ich damit die Trampler so schnell kaputt machen? Weil die gar nicht an mich rankommen? Oder sollte ich das erst gar nicht versuchen? Ich denke mal, ich sollte es erst gar nicht versuchen. Okay, wir haben hier irgendwo wieder ein Lagerfeuer gefunden. Ich muss mal eben Pfeile machen. So. Okay, da ist das Lagerfeuer. Das Signal. Da hinten sind wieder Brüllrücken. Da ist noch ein Verwüster. Da sind mehrere Verwüster, Alter. Also ohne Scheiß hier in dem Wüstengebiet. Oh, mit den Tramplern und alles. In diesem Wüstengebiet hier geht richtig die Post ab, Alter. Hier sind so viele Gegner. Und dann auch richtig dicke Gegner. Also ich würde schon fast sagen, das ist hier Endbossgebiet oder Endgebiet. So, aber ich will mich jetzt nicht unbedingt mit den allen prügeln. Oh Mann, ey. So, wenn der jetzt näher kommt, ich muss da hoch. Okay. So, komm her, dich mach ich kaputt. So, ziehe. Da vorne ist Heilung. Guck mal hier. Oh Mann, so Brüllrücken und alles. Komm hier hin. Komm hier, Junge. Null. Ich konnte ihn gar nicht wirklich rufen. Oh, achso, hab ich mich jetzt erschrocken, aber das ist... langen Hals. Hab ich mich jetzt erschrocken, Alter. Hier komm ich gar nicht hoch. Und hier sind überall so Torbögen und alles. Der Gegner hat mich im Visier. What? Äh, könnte jetzt pop... Mein Gott. Könnte jetzt potenziell schlecht sein. Boah, fuck, ey. Oh. Was ist mir angefiffen, der Team? Lenk mich. Alles klar, Jungs. Übertreibt doch mal. Übertreiben sollt ihr. Ich wollte doch nur da hoch. Ihr kleinen Mistviecher, Alter. Von hier komm ich da aber nicht hoch. Geh auf deinen Beutel. Ich will mir da nur auf die Hoden ballern. Ich will da nur auf die Hoden ballern. Ach, diese mit Feuerkacke, ne? Hier, Junge. Autsch. Oh, wow, da ist so viel. Ach. Ehrlich, was willst du kleiner Pisser denn von mir? Ey, leck mich doch auf den Sack, Alter. Was ist hier los? Jetzt hab ich die mal alle eben gelootet. Gepullt. Aber Heilung, scheiße. Komm ich hier hoch? Nein. Nein. Leck mich doch. Leck mich, Alter. Wie komm ich denn da hoch, verdammt? Jetzt renne ich hier über die ganze Wüste, oder was? Ach. Ist doch nicht wahr, ey. So, probieren wir das nochmal. Da ist da quasi hoch. Da vorne liegt so ein Audio-Ding. Okay, Pressemitteilung. So, hier hoch. Jetzt hab ich jetzt. Dahinten ist der Wächter. Der Wichser, der kriegt sie jetzt. Oh, lol. Really? Ist nicht wahr. Willst du mich verarschen? Wie, der hat viermal nur lebt. Ist doch nicht wahr, Alter. Verarsch mich nicht. Mein Gott. Oh, fuck, 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 fuck. Nein. Zu spät. Okay. Stärke im Schaden. Da ist voll der fette Palast und so. Was ist das? Da ist eine verdorbene Zone. Da ist also... Okay. Jede Menge. Da ist auch wieder ein Dorf. Händler. Eine verdorbene Zone. Trampler. Dies, das. Ananas. Okay. Also hier gibt es einiges zu sehen. Oh, ich finde, das sieht hier so geil aus, ne? Ist doch nicht wahr, Alter. Der trifft mich, bevor ich den kaputtgehauen habe. Na, wie schmeckt dir das? Warm, Alter. Willi, ist denn da unten? Ouch. So, die fucken... Mein Gott. Oh Mann, jetzt habe ich sie wieder alle. Aber ey, da liegt was Blaues. Da bin ich arm. Ich wollte nur ein bisschen Action, solange wie das viel noch nicht hier ist. Aber auch wieder nicht zu viel Action. Jetzt jagen sie mich. Jetzt jagen sie mich. Ich will mal so ein Ding zum Explodieren bringen. Ich denke mal, ich sollte ja hier weit genug weg sein. Das war ja zum Beispiel kein Treffer auf dem Roll. Das viel trifft mich, Alter, was? Das hat doch mal jetzt Damage gemacht. Nein! Ach, leg mich doch, Alter. Ehrlich? Das Vieh war gerade noch da hinten. Oh, süß. Wie das viel aussieht, wenn der Beutel da hinten weg ist. Guck mal, der interessiert den gar nicht mehr. Ach, guck dir hier rüber, du Stück. Ich weiß nicht, ob ich noch irgendeinen will, mehr Schaden macht. Also, das macht gar keinen Schaden, nur Abriss. 39. Also, die Pfeile machen wirken mit Abstand am meisten Damage. Oh, jetzt muss ich so lange noch warten, bis das Vieh hier wieder ist. Na, Leute, ich schneide euch auf jeden Fall was raus. So. Jetzt kommt das Vieh. Ich habe hier mal in der Zwischenzeit so ein bisschen die anderen Viecher angegriffen. Einfach mal nur so. Weil ich da Bock drauf hatte. Okay, jetzt können wir da hoch springen. Hier, Pia, ja, Schweinebacke. Jawoll. Okay, jetzt muss ich nur noch zum Kopf hoch. Okay, jetzt haben wir endlich. Okay, jetzt muss ich hier rum. Ah, aber wirklich, jeder langweilen ist anders. Wow, geil. Äh, lang Hals, nicht langweilen. Na, komm hoch. Hä? Wow, jetzt muss ich da wirklich ganz rumklettern. Alles klar. Das ist geil. Dann habe ich wirklich geil gemacht. Mit jeder langen Hals anders ist. Auf jeden Fall werde ich definitiv zum Ende des Let's Plays, oder wenn ich dann halt stärker bin, mal so ein Vieh angreifen und töten. Einfach mal nur so. Weil ich jetzt kann, dann fühle ich mich geil. So, okay. Und den nächsten langen Bein. Überbrückt. So, was können wir jetzt sehen? Karte. Ach, Karte, Junge. So, wie viel hat er denn aufgedeckt? Boah, wie viele Symbole hier auf der Karte sind. Alter Belly. Okay, der hat ein riesiges Stück aufgedeckt. Nice. Aber wir haben an sich noch nichts Neues gefunden. Irgendwas Interessantes. Ich meine, klar, da diese Brutstätte, die werden wir uns auch demnächst holen. Ich denke mal, nach der Quest holen wir uns die Brutstätte. So, okay. Dann haben wir das. Dann bleiben wir uns mal ab hier. Booyah Chaka. Okay. Und jetzt geht's ab zur Quest. Der ist tot? Jo, der ist tot. Das war ich nicht. Glaube ich. Der ist auch tot. Datenpunkt, was? Ich bin Level 26. Schnellspeicherung. Fertigkeitspunkt. Bin ich jetzt hier überhaupt auf dem richtigen Weg? Ah, guck mal, wir haben drei. Machen wir das eben. Äh, was hatte ich gesagt? Äh, menschliche Gegner zu eliminieren. Starker Schlag. Das machen wir auch noch. Genau, den machen wir zuerst. Und dann gucken wir entweder den oder den. So, schön. So, Karte. Okay, ja, ich bin auf dem richtigen Weg. Da ist 34, Alter, was? Level 34. Äh, ja, ich war auf dem richtigen Weg, okay. So, wir sind Level 26, also heißt, ich gehe da auf jeden Fall noch nicht hin. So, da ist die Quest. Wenn ich jetzt ein Läufer-Ding hätte, wäre geil, aber die sind zu weit weg, das ist ein Plünderer. So, Leute, aber wir machen jetzt hier trotzdem mal erstmal einen Cut. Ich werde, wie gesagt, ein paar Sachen rausschneiden, wo ich da auf das Vieh gewartet habe. Aber im großen Ganzen soll es das jetzt erstmal gewesen sein für den Part. Oh, wow, Trampler. Okay. Okay, Leute. Ja, da schleichen wir uns beim nächsten Mal dann dran vorbei. Und wie gesagt, wir werden dann zu der Quest rennen. Oh, scheiße, wie geil das aussieht. Was ist das da? Egal, Leute. Wie gesagt, wir machen hier einen Cut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ich euch unterhalten konnte, dann lasst mir eine Bewertung da, wäre geil von euch. Und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein zu Horizon. Bis dahin, haut rein. Bis dahin.